Jürgen Klopp, Gratulation zur Deutschen Meisterschaft. Sie haben gesagt, wir haben schon eine außergewöhnliche Saison, es kann was Historisches werden. Wie sehr ist bei Ihnen schon angekommen, dass das jetzt tatsächlich so weit ist? Ja, noch nicht so richtig. Also ich habe es schon ein paar Mal gehört, aber ich hatte mir ehrlich gesagt gedacht, dass es sich anders anfühlt. Es ist tausendmal mehr Erleichterung als Euphorie. Der Druck war wohl doch etwas größer, als wir uns auch so eingestanden haben, glaube ich auch berechtigterweise eingestanden haben. Und dementsprechend als der Schlusspfiff da war, das war ja doch der erste Moment, wo ich mich mit dem Thema Meisterschaft heute wirklich beschäftigt habe. Ja, da war es purer Erleichterung. Ich hatte kurz Angst, dass ich umkippe, aber habe es ihm einigermaßen im Griff gehabt. Ich habe gerade mit Marcel Schmelzer geredet, der sagt auch, wahrscheinlich kapieren wir das erst in 14 Tagen, wenn die Schale wirklich da ist, wenn das Korso da ist, wenn die B1 geschwert ist. Geht Ihnen das auch so? Ich weiß nicht. Also ich bin ja entspannt. Wir haben alle genug Zeit, das zu realisieren. Das ist kein Problem. Wir werden irgendwann mitkriegen, wie es sich ganz genau anfühlt. Im Moment ist alles in Ordnung. Ich bin wirklich froh, dass es vorbei ist. Leverkusen, ich hoffe, Sie können das so annehmen, Glückwunsch zu Platz 2, weil Sie einfach eine außergewöhnisch gute Saison gespielt haben. Sie haben Druck ausgeübt auf uns ohne Ende. Und wir haben schon Stress gehabt, so in den letzten Wochen, da auch in der Spur zu bleiben. Und das größte Gefühl heute ist der Stolz auf die Mannschaft, weil wie Sie das, wie Sie mit allem umgegangen sind, was in diesem Jahr zum allerersten Mal auf Sie eingeht. Und Brassel ist, ja, guter. Matt Summels hat bei uns im Sportstudio mal gesagt, wir spüren einfach, da ist was Besonderes, was mit dieser Mannschaft passiert. Und das erlebt man vielleicht nur einmal in der Karriere. Und das wollen wir alle so lange wie möglich auskosten. Was ist das denn, das Besondere, was hier mit dieser Mannschaft passiert? Also, es ist ja schwer zu beschreiben. Also, wenn man so mittendrin ist, ist es einfach so, dass wir natürlich das Glück hatten, bei der Auswahl der Spieler so ein gutes Händchen zu haben. Also, das ist nicht so, dass wir nur noch Talente mit 19 Jahren verpflichten und die dann im nächsten Jahr Nationalspieler werden. Ich befürchte, dass das im nächsten Jahr uns nicht jedes Mal gelingen wird. Aber wir werden dranbleiben und das weiter versuchen. Aber was natürlich passiert ist, dass diese Mannschaft es wirklich verstanden hat, wie dieses Spiel tatsächlich funktioniert. Das heißt, wie viel man davon profitiert, wenn daneben man einem wirklich auch bereit ist, Arbeit abzunehmen. Und wenn man das wieder zurückgibt, was das alles auslöst. Und diese Mannschaft hat, jeder Einzelne ist in dieser Truppe in den letzten drei Jahren wirklich so viel besser geworden. Das ist Wahnsinn. Und Sie spüren das, Sie wissen das, Sie spüren dabei eine große Dankbarkeit, eine große Demut. Und Sie verstehen sich natürlich untereinander überragend. Das ist nicht ungewöhnlich bei der Altersklasse. Das größte Problem, das meine Mannschaft in den letzten Monaten hatte, war das Ausfallen vom Sony-Playstation-Netzwerk. Wir haben alles zum ersten Mal gelernt. Wir sind, ich weiß nicht, seit dem 10. Spieltag sind wir, glaube ich, Tabellenführer. Das heißt, wir mussten insgesamt ungefähr 32 Mal bereit sein, über uns hinaus zu wachsen. Das war die Mannschaft und ist dafür belohnt worden. Und ich empfinde es als sehr gerecht, auch wenn ich weiß, wie hart das vielleicht heute in Leverkusen sein mag. Aber wie gesagt, Sie haben uns Druck gemacht und es hat sich nicht so toll angefühlt. Ich habe übrigens gesehen, eins wird sich ändern in der Mannschaft. Heute Da Silva und sie dann beide mit ganz kleinem Nachwuchs unterwegs. Es sind viele Väter jetzt, die anstehen. Ja, weil Da Silva, ich weiß nicht, welches Kind auf dem Arm hat, aber der Jüngste ist, glaube ich, schon anderthalb oder so. Aber Piszczek ist ganz frisch dabei, Blaschikowski ist ganz frisch dabei, Zidane ist ganz klein und Ovo Mujela kommt noch. Markus Vollner ist ganz klein. Also wir haben in dem Jahr vieles passiert, was die Jungs durchaus in Erinnerung behalten werden. Also da entsteht einiges. Sie haben gesagt, wir können natürlich nicht versprechen und sagen, wir dominieren jetzt über Jahre den deutschen Fußball. Ist ja klar. Aber was wir sagen können, ist, dass wir uns total verausgaben werden und dass wir sehen, was passiert. Ist das auch das Motto für heute? Ja, ich weiß nicht, ob ich mich heute komplett verausgabe. Es wird die ein oder andere Feierlichkeit in den nächsten Wochen ja noch anstehen. Aber für die Zukunft ist das auf jeden Fall. Also das muss die Messlatte sein. Wer in die Mannschaft rein will, muss bereit sein, ans Limit zu gehen. Das klingt ziemlich flach, ist aber tatsächlich die Messlatte. Das heißt, wir haben doch relativ hart gearbeitet, intensiv gearbeitet. Und die Jungs waren immer wieder bereit dazu. Sie haben uns zugehört, weil ich könnte erzählen, was ich will. Wenn die Jungs das nicht umsetzen würden, wäre das wie ein Ochs ins Horn gepetzt. Also das ist einfach nichts. Wir haben Peter Kravetsch, Jelko Povac und ich, wir waren auch letztes Jahr nicht so schlecht als Trainer. Und sind dieses Jahr nicht viel besser gewesen. Aber wir haben eine Mannschaft gehabt, die das aufgesogen hat wie ein trockener Schwamm wirklich. Und dementsprechend werden wir da dranbleiben. Und die Hürde in die Mannschaft wird immer sein, Bereitschaft ans Limit zu gehen. Ein ehemaliger Meistertrainer hier, Ottmar Hitzfeld, der eine ganz andere Mannschaft trainiert hat, überhaupt nicht vergleichbar, hat aber gesagt, das was der Jürgen Klopp da mit der Mannschaft geschafft hat, das ist so eine Art modernes Märchen. Wie sehr trifft das? Ja, das ist auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben alle unsere eigene Geschichte zu erzählen. Ich komme aus einer Ortschaft Klatten, mitten im Schwarzwald, 1500 Einwohner hat es zumindest damals, als ich weggegangen bin. Wir haben vorhin mit meiner Mutter telefoniert. Also das hätte ehrlich gesagt vor 20 Jahren kein Mensch gedacht, dass aus dem Ort mal irgendeiner kommt, der Deutscher Meister wird. Gruß an alle. Und so hat jeder seine Geschichte. Also Lukas Barrios kommt aus Chile hierher, wird im zweiten Jahr Deutscher Meister. Sven Bender wird im zweiten Jahr Deutscher Meister. Marcel Schmelzer hat vor drei Jahren, hätte man nicht wirklich darüber nachgedacht, ob er eine Bundesliga-Karriere machen kann. Jetzt ist er Nationalspieler und Deutscher Meister. Wir haben so viele kleine Geschichten. Und natürlich das ist ein Märchen. Und das kann uns auch niemand mehr nehmen. Und das ist das Gute an der Geschichte. Wenn man die Schale mal hatte, dann gehört es einem, zumindest ein Teil davon gehört einem ein Leben lang. Und ja, es wird der Zeitpunkt kommen, wo wir das alle genießen können. So richtig, wo wir nur noch die angenehmen Seiten im Kopf haben. Jetzt im Moment steckt die Arbeit schon auch noch ein bisschen mit drin. Deutscher Meister 2011. Ein modernes Märchen Borussia Dortmund. Gratulation. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.